Ja, hallo, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Mittwochabend-Bibelstudium, wo wir Vers für Vers durch die Bibel gehen und derzeit befinden wir uns im Johannes-Evangelium in der zwölften Lektion. Vor zwei Wochen haben wir das dritte Kapitel begonnen mit der Begegnung von Jesus mit dem Hohen Rabbi, dem sehr, sehr gelehrten Mann aus Israel, wie sie sich begegnet sind und in der Nacht gesprochen haben. Da haben wir begonnen und da sind wir nicht fertig geworden, das setzen wir heute fort. Es handelt sich um die Verse 1 bis 21 im Kapitel 3. Wir wollen alle begrüßen, die hier vor Ort sind, wir wollen alle begrüßen, die online dabei sind. Wir freuen uns sehr. Vor zwei Wochen war diese Lektion 11. Letzte Woche, ich hoffe, du hast das nicht versäumt, aber wenn du es versäumt hast, ist es kein Problem. Du kannst es nachschauen auf YouTube und ich hatte ein Interview mit Dr. Andreas Köstenberger, der dieses wunderbare Buch, diesen Kommentar zum Johannes-Evangelium geschrieben hat, ein Experte zum Thema Johannes-Evangelium. Dieses Interview haben wir letzten Mittwoch ausgestrahlt und ist auf unserem YouTube-Kanal jederzeit abrufbar, um es anzuschauen oder noch einmal anzuschauen. Dieses Interview, dieses Gespräch hat mein Herz wirklich so erfreut. Schau es dir an, es ist wirklich eine Freude gewesen mit diesem Mann, der das Johannes-Evangelium so gut kennt, der die Bibel so gut kennt, der Jesus so gut kennt, mit diesem Mann zu sprechen. Jetzt gehen wir zurück zum Johannes-Evangelium-Studium. Und wir werden dann bei Vers 7, glaube ich, im Kapitel 3 wieder einsteigen. Aber ich möchte die ganzen 21 Verse jetzt noch einmal lesen, damit wir hier den ganzen Kontext haben, damit wir wieder voll drinnen sind inmitten des Geschehens zwischen Jesus und Nikodemus und dann werden wir heute bis zum Vers 21 gehen und diesen Teil, diesen Abschnitt, diesen so wichtigen Abschnitt, diesen so außerordentlich wichtigen Abschnitt des Johannes-Evangeliums abschließen. Er ist deswegen so außerordentlich wichtig, weil es darum geht, wie man zu ewigen Leben kommt, wie sehr Gott die Welt geliebt hat, wie sehr er die Menschen liebt und was er getan hat, um der Welt, der Menschheit seine Liebe zu zeigen. Und das Einzige, was wir tun sollen, tun müssen, um ewiges Leben zu erhalten, ist ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Das Ziel des Johannes-Evangeliums ist nämlich, zu beweisen, wer Jesus ist und dass die Leser damals wie heute an den Sohn Gottes glauben. Okay, also wir sind vor zwei Wochen im Johannes 3 gewesen, wir sind heute im Johannes 3 und wir werden dann nächste Woche beim nächsten Studium das Kapitel 3 mit den Versen 22 bis 36 abschließen und dort tritt dann Johannes der Täufer zum letzten Mal als Zeuge für Jesus auf. Johannes 3, Vers 1 Jesus entgegnete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wer nicht von oben geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagt zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht ein zweites Mal in den Schoß der Mutter gelangen und geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage dir, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes gelangen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus entgegnete ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir und was wir gesehen haben, bezeugen wir. Doch unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich vom irdischen Zeug rede und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr da glauben, wenn ich vom himmlischen Zeug rede? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Dies aber ist das Gericht. Das Licht ist in die Finsternis gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht. Damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber tut, was der Wahrheit entspricht, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott gewirkt sind. Wir haben dann gesprochen darüber, wer dieser Nikodemus ist und wie er Jesus in der Nacht und warum er vielleicht Jesus in der Nacht aufgesucht hat. All das haben wir bereits diskutiert. Wir haben bis Vers 6 hinunter bereits ausführlich gesprochen und in Vers 6 steht, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und dann haben wir begonnen, über Vers 7 bereits zu sprechen und da sind wir dann hängen geblieben und in Vers 7 steht, also Jesus redet mit Nikodemus, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben geboren werden. Wir haben gesagt, dass die Worte von oben geboren oder von neuem geboren oder wie es manche Übersetzungen meiner Meinung nach leider wiedergeben ist, wiedergeboren, aber es ist eigentlich von oben her, vom Himmel her, von oben, von neuem, von oben und neu geboren. Das ist eigentlich, was es bedeutet, eine geistliche Erneuerung, eine geistliche Transformation, eine Transformation, eine Veränderung im Herzen, weiß gewaschen, reingewaschen, komplett gereinigt im Herzen und neu gemacht in und durch Jesus Christus, wie es dann in den Briefen des Neuen Testaments dann fortgeführt wird, diese wunderbare, heilige, christliche Theologie, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, unsere Schuld und Scham getragen hat und wir dadurch neues Leben bekommen, Leben von oben, neu geboren, wie neu geboren, nicht im Körper, nicht im Fleisch, das Fleisch ändert sich erst bei unserer Auferstehung am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, alles neu macht, dann bekommen auch wir eine Auferstehung, eine physische Auferstehung, aber bis dorthin sind wir neu gemacht im Geist, wir sind neue Kreaturen, 2. Korinther 5, Vers 17 ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, das ist genau das gleiche, neu geboren, neu geschaffen und Jesus sagt zu diesem Nikodemus, wie gesagt, er war einer der Führenden, vielleicht sogar der Führende von den Juden, er war der Lehrer Israels, so hat ihn Jesus bezeichnet und Jesus sagt zu ihm, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben geboren werden. Nikodemus hätte das eigentlich verstehen müssen, denn es gibt im Alten Testament und mit dem, wo er sehr wohl extrem gut vertraut, gibt es viele Hinweise, Prophezeiungen auf den neuen Bund, auf ein neues Herz, auf die Reinigung mit Wasser, bildlich gesprochen, der Wasser ist der Geist, Ströme lebendigen Wassers, aus Wasser und Geist geboren zu sein, diese Dinge, diese Konzepte, diese theologischen Konzepte werden bereits im Alten Testament ganz klar angedeutet, angesprochen, prophezeit und in Wirklichkeit, wenn Nikodemus gewusst hätte, worum es wirklich geht, worauf es wirklich ankommt, dann hätte er das verstanden, aber er war gefangen in seinen Regeln, in seinen Ritualen, in seinem, ich bin ein Jude, ich bin eh ein Pharisäer, ich bin ja geboren so, darum bin ich eh drinnen im Reich Gottes, was kann einem jüdischen Geborenen, also einem gläubigen Pharisäer passieren, wir sind ja alle drinnen und Jesus sagt, du bist nicht drinnen, außer du bist von Neuem geboren. Jeder, jeder muss von Neuem geboren werden. Und wie gesagt, Nikodemus war das Aushängeschild, was das religiöse Judentum betrifft und wir haben begonnen, das zu vergleichen mit Paulus. Also Saulus von Tarsus hatte mit denselben Themen zu kämpfen, auch ein Jude, auch ein Pharisäer. Er hatte den perfekten Stammbaum, er hatte eine Position, er war auch ein Pharisäer von Pharisäern, aber Paulus wurde verwandelt. Wir wissen nicht, wie weit Nikodemus verwandelt wurde, ich würde eher sagen, dass er auch verwandelt wurde. Er hat zumindest später Jesus verteidigt im Kapitel 7, Vers 50 und dann hat er bei der Beerdigung 100 Pfund dieser Gewürzmischung gebracht und da gespendet für den Leichnam Jesu. Aber Paulus ist das perfekte Beispiel, weil von dem wissen wir ganz genau, was mit ihm passiert ist. Ich vergleiche Paulus und Nikodemus deshalb, weil sie für mich identisch sind. Nikodemus war sicher älter als Saulus. Saulus war zu dem Zeitpunkt vielleicht noch ein Teenager oder Anfang 20. Nikodemus war schon ein führender Lehrer. Zur Zeit, wo Jesus wandelte hier auf der Erde, wo Jesus wirkte, war Nikodemus wahrscheinlich älter als Jesus, rein von seinem Status in der Gesellschaft und in seiner Religion. Aber nehmen wir Paulus als Beispiel und hoffen wir, dass das auch mit Nikodemus passiert ist. Paulus wurde verwandelt. Paulus erkannte, er erkannte, er bekam die Offenbarung von Gott, als Jesus ihm begegnet ist, dass er all dem nicht mehr vertrauen konnte. Er konnte nicht vertrauen darauf, dass er Jude ist, dass er Pharisäer ist, dass er die Position hat, dass er ein Lehrer ist, dass er den perfekten jüdischen Stammbaum hat, zurückverfolgt bis zu Abraham, über König David wahrscheinlich, aber über Isaac und Jakob. Und wir sehen also, er war ein Jude aus dem Stamme Benjamin. Entschuldigung, so ist es. Er heißt aus dem Stamme Benjamin. Aber eines Tages erkannte er, und das ist die Erkenntnis, die Nikodemus braucht und die wir alle brauchen, unser eigenes Werk, unsere Moral, unser Stand, unser Status, unsere Position, unsere Religiosität, unsere Beschneidung, unsere Wassertaufe, unsere Firmung, unsere whatever, reicht nicht, ist nicht ausreichend. Wir können dem nicht vertrauen. Das heißt nicht, dass das alles schlechte Dinge sind, aber ohne Glaube an Christus, ohne geistliche Regeneration, ohne geistliche Verwandlung sind diese Dinge nichtig. In Philippa 3, Verse 4 bis 7, natürlich könnte ich mich auf menschliche Vorzüge berufen. Paulus erzählt hier seine Geschichte. Wenn andere Grund haben, darauf zu vertrauen, hätte ich das noch mehr. Ich wurde beschnitten, als ich acht Tage alt war. Von Geburt bin ich ein Israelit aus dem Stamm Benjamin. Ein Hebräer, reinster Abstammung. Also reinster Abstammung. Sein Stammbaum. Und was das Gesetz betrifft, war ich ein Pharisäer. Dem Eifer nach war ich ein unerbittlicher Verfolger der Gemeinde. Und gemessen an der Gerechtigkeit, die aus der Bevölkerung des Gesetzes kommt, war ich ohne Tadel. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Also Jesus zeigt Paulus klar und deutlich und er zeigt auch Nikodemus klar und deutlich. Du bist nicht gut genug. Deine Position ist nicht ausreichend. Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht werden wir heute sehen. Jesus kam. Er gab sein Leben. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und eine Ewigkeit in einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde. Aber es ist wichtig, die schlechte Nachricht zu verstehen. Die schlechte Nachricht ist, wir sind ein Sünder. Wir sind Sünder. Jeder von uns ist ein Sünder. Und das ist das Problem, wenn man in der Welt mit Menschen über das Christentum spricht, dann finden viele das beleidigend, wenn man sagt, du bist ein Sünder. Die würden sogar sagen, ich bin eh ein guter Mensch oder eh nicht so schlecht wie der oder verglichen zu dem oder der, bin ich eh okay und so weiter. Das Problem ist, Gott vergleicht uns mit niemanden anderen. Gott vergleicht uns nur mit Perfektion, mit sich selbst. Der Himmel ist vollkommen, Gott ist vollkommen, Christus ist vollkommen und nur, wenn wir selbst vollkommen gemacht werden, was nur durch den Opfertod Jesu möglich ist, können wir das ewige Leben haben. Rein durch den Glauben, rein aus Gnade mittels unseres Glaubens bekommen wir. Es ist Gnade. Wir können dazu nichts beitragen. Es ist nicht, weil wir gute Menschen sind. Es ist nicht, weil wir Gutes getan haben. Es ist auch nicht, weil wir Schlechtes tun, dass wir es verlieren. Nein, es ist die Gnade Gottes, die uns rettet und zu einem neuen Menschen macht. Und lieber Nikodemus, das musst du verstehen. Du musst neu geboren werden. Du brauchst eine geistliche, innerliche Verwandlung des Herzens und ohne der wirst du das Reich Gottes nicht einmal sehen, geschweige denn darin leben. Du wirst das Reich Gottes nicht sehen, wenn du nicht neu geboren bist aus dem Geist. Vers 8. Der Wind weht, der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Nikodemus, du verstehst nicht alles über die Funktionsweise des Windes, aber du kannst erkennen, wann er weht und du kannst seine Wirkung sehen. Du kannst die Auswirkungen, den Effekt sehen, des Windes. Genauso ist es bei jemandem, der aus Gottes Geist geboren ist. Man kann es nicht sehen, aber man kann die Auswirkungen, den Effekt eines veränderten Lebens sehen. Und hier haben wir ein Wortspiel, nämlich Wind und Geist. Der Wind weht und aus dem Geist geboren. Wind und Geist sind in der griechischen Sprache dasselbe Wort, nämlich Pneuma. Und Wind sieht man nicht, aber man sieht, was es macht. Die Auswirkungen. Wind verändert einen Ort. Wenn ein Sturm bläst, wird ein Ort verändert. Man sieht es. Man sieht, da ist was, aber man sieht den Wind nicht. Gottes Geist verändert Menschen. Man sieht ihn auch nicht, aber man sieht die Frucht des Geistes. Freude, Liebe, Freude, Friede, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Treue und so weiter. Diese Frucht des Geistes, die im Galater 5, Vers 22 bis 23 erwähnt wird, das kann man sehr wohl sehen. Man sieht. Und der Mensch, der durch Jesus verändert wurde, neu gemacht wurde, weiß es, da ist was Neues. Ich habe eine neue Leidenschaft, eine neue Liebe, eine unerklärliche Freude, einen Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Ich habe eine Gnade in meinem Leben. Man kann den Geist nicht sehen, man kann den Wind nicht sehen, aber man kann die Auswirkungen sehen. Das ist, was Jesus hier sagt. Eine physische Geburt, fleischliche Geburt kann man sehen, kann man auch zuschauen, wie ich es zum Beispiel sechs Mal in meinem Leben getan habe. Aber bei einer geistlichen Geburt kann man auch dabei sein, aber man sieht nichts. Man sieht aber die Auswirkungen. Den Wind sieht man nicht, aber man sieht das, was er anrichtet, was er tut. Im Vers 9, Nikodemus entgegnet ihm, wie kann das geschehen? Also Nikodemus war verwirrt. Wovon redest du, Jesus? Wie kann das geschehen? Eigentlich interessant, dass er es nicht versteht. Es wurde im Alten Testament angekündigt, aber es war für sie verschleiert. Sie konnten es nicht erkennen, so wie Jesaja gesagt hat. Sie sind blind und sie können nicht sehen. Also er war verwirrt. Wovon redest du? Wie kann das geschehen? Vers 10, Jesus antwortete ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Wie ich gesagt habe, Nikodemus sollte das wissen. Nikodemus sagt Jesus, du solltest das eigentlich wissen. Du bist der Lehrer Israels. Interessant ist das nicht, steht hier, du bist einer der Lehrer Israels. Es steht hier tatsächlich da, du bist der Lehrer Israels. Vielleicht war er der Billy Graham unter den Pharisäern. Ich weiß es nicht. Billy Graham war der bekannteste Prediger des vorigen Jahrhunderts. Er ist im 100. Lebensjahr 2018 verstorben. Aber Jesus sagt zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Also nicht nur ein Lehrer. Wir sehen schon, dieser Nikodemus war möglicherweise ganz oben an der Spitze des Hohen Rates des Sanhedrin. Und Nikodemus, du solltest das wissen. Du bist der Lehrer Israels. Es steht nämlich geschrieben, es wurde angekündigt. Vers 11. Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir. Was wir wissen, davon reden wir. Und was wir gesehen haben, bezeugen wir. Doch unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Jesus sagt hier, wir reden, was wir wissen und gesehen haben, aber unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Warum hier die Mehrzahl? Wir? Naja, als Jesus zu Nikodemus kam, sagte er im Vers 2, Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist. Mit wem? Was hat Nikodemus mit wir da gemeint? Wissen wir auch nicht. Vielleicht hat er seine Kumpels mitgehabt in diesem Gespräch. Möglich, vielleicht war er auch alleine. Oder er hat die anderen gemeint, seine Jünger, er war ein Rabbi, er hatte Jünger. Die waren vielleicht nicht dabei. Wahrscheinlich war Nikodemus alleine, aber er redet da kurz in der Wir-Form. Und vielleicht macht Jesus hier etwas ähnlich, indem er sagt, hey, wir wissen, er äfft ihn sozusagen nach. Da wird viel diskutiert darüber, was hier gemeint ist mit was wir wissen. Davon reden wir. Manche sagen, es redet davon, dass Jesus von ihm und Johannes dem Täufer redet, weil Johannes der Täufer war bis zu diesem Zeitpunkt sehr präsent im Johannes-Evangelium. Wir reden, wir geben dir Zeugnis, unser Zeugnis, das Zeugnis von Johannes und Jesus, nehmt ihr nicht an. Und andere wiederum glauben, nein, es spricht deutlich von dem Vater, Gott, Vater und Jesus. Wir reden, wir bezeugen oder die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Geist. Wie dem auch sei, ganz bestimmt können wir es nicht sagen. Aber Jesus sagt, Amen, Amen, also mit anderen Worten, ich versichere dir, da kannst du sicher sein, das ist fix. Wir wissen und wir reden nur, was wir wissen. Und unser Zeugnis ist wahr und ihr nehmt es nicht an. Die Juden nehmen es nicht an. Das ist die Botschaft. Nikodemus, du bist jetzt bei mir und du willst mehr wissen, aber die anderen sind nicht da und die lehnen mich ab. Die lehnen das Zeugnis von mir ab. Vers 12 Wenn ich vom irdischen Zeug rede und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr da glauben, wenn ich vom himmlischen Zeug rede? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, Vers 13 Außerdem Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Da geht es nur um eines. Wer kam vom Himmel herab? Der Menschensohn. Menschensohn ist die Lieblingsbezeichnung anscheinend, die Jesus für sich selbst immer wieder hat. Auch im Lukas-Evangelium sehen wir das immer wieder. Menschensohn in Anlehnung an Daniel 7, 13. Den Menschensohn, der mit den Wolken kommt. Niemand kann hinaufsteigen in den Himmel, obwohl es einige gibt, die behaupten, dass sie im Himmel gewesen seien. Da muss man sehr, 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 sehr vorsichtig sein, wer solche Sachen behauptet. Und da werden auch Bücher geschrieben und da wird viel Geld damit gemacht. Jesus sagt hier, Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Er musste zu uns kommen. Das Leben, das wahre Leben, musste vom Himmel zur Erde, also vom Himmel zu uns herunterkommen. Und der Einzige, der das tun kann, ist, der im Himmel war von Anfang an. Und das sehen wir, am Anfang war das Wort, dieses Wort, der von Ewigkeit her ist, der im Himmel war, kommt herunter, um uns das Leben zu bringen. Darum geht es. Da geht es nicht darum, dass Jesus hinaufgefahren ist schon wieder und mal heruntergefahren ist. Da ist es nicht der Punkt hier. Hier geht es darum, dass kein Mensch hinaufgefahren ist und wieder runtergekommen ist, sondern dass der Menschensohn, Gottes Sohn, alleine ist herabgekommen und niemand kann hinaufsteigen in den Himmel. Er kam zu uns und wir können nicht hinaufsteigen, uns das ewige Leben holen oder selbst holen. Nein, das Leben musste vom Himmel herunterkommen zu uns. Niemand kann in den Himmel greifen, Gott ergreifen, das Leben ergreifen. Es musste kommen. Das Wort musste Fleisch werden und unter uns wohnen. Ganz wichtig und ganz entscheidend. Vers 14 und 15 und wie Mose. Jetzt gibt er einen Vergleich. Jetzt geht er ins Alte Testament. Jesus redet, nicht vergessen, Jesus redet mit einem Kenner der hebräischen Bibel, unserem Alten Testament, dem Tanach. und er gibt ihm jetzt wieder etwas aus dem Alten Testament, aus der hebräischen Bibel, aus der Tora, nämlich aus 4. Mose. Aber langsam. Vers 14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Die Erhöhung, von der hier die Rede ist, spricht von der Kreuzigung Jesus. Das werden wir später sehen. Es wird hier genannt, der Menschensohn muss erhöht werden. Das spricht vom Kreuzestod, der Art und Weise, wie der Sohn Gottes sterben würde. Jetzt schauen wir uns diese Passage an, im 4. Mose, also im Numeri, das Buch Numeri, oder 4. Mose, Kapitel 21, Verse 5, 6, 7, 8 und 9. Diese 5 Verse, da sehen wir, was passiert ist und was Gott dem Mose gesagt hat, dass er tun soll, um das Problem zu lösen. Und das Volk redete gegen Gott und Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es gibt kein Brot und kein Wasser und es ekelt uns vor der elenden Speise. Wir wollen das ganze Manner und das wollen wir alles nicht mehr essen. Das ist zum Grausen, wie wir in Österreich sagen. Undankbar. Gemurrt haben sie, gemeckert haben sie, gejammert haben sie. Und da sandte der Herr die Sarafschlangen gegen das Volk und sie bissen das Volk und viel Volk aus Israel starb. Viele starben. Zigtausende wahrscheinlich starben. Sie haben gemurrt, gemeckert, geraunzt, sie waren nicht dankbar und Gott hat ihnen Schlangen geschickt, die sie bissen und viele starben. Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt. Das ist es, wir haben gesündigt. Die schlechte Nachricht, ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt, ich habe gesündigt. Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben, also gemurrt haben. betet zum Herrn, damit er uns von den Schlangen befreit und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mach dir einen Saraf und befestige ihn an einer Stange und jeder, der gebissen wurde und ihn ansieht, wird am Leben bleiben. Da machte Mose eine bronzene Schlange und befestigte sie an einer Stange. Wenn nun die Schlangen jemand gebissen hatten, so blickte er auf die Bronzeschlange und blieb am Leben. Und Jesus sagt, so wie diese Erne, diese bronzene Schlange von Mose erhöht wurde, so muss der Menschen so erhöht werden. Und alle, die diese bronzene Schlange anblicken, werden befreit, werden geheilt von diesen Schlangenbissen. Und so wie jeder Israelit, der von der Giftschlange gebissen wurde, auf die Eherne oder bronzene Schlange schaute, schaute und lebte, so wird jeder Mensch, der den erhöhten, den erhöhten Menschensohn am Kreuz ansieht, das heißt glaubt, dieses Anschauen der Ehrenschlange oder das Anschauen des Menschensohns bedeutet, an ihn zu glauben, so wird dieser Mensch ewiges Leben haben. So wie jeder Israelit, der von einer Giftschlange gebissen wurde, auf die Eherne Schlange schaute und lebte, so wird jeder Mensch, der den erhöhten Menschensohn ansieht, das heißt ansieht, bedeutet an ihn glaubt, ewiges Leben haben. Und das ist eine der drei erhöhten Aussagen im Johannes-Evangelium. Dreimal im Johannes-Evangelium wird gesagt, der Menschensohn muss erhöht werden. Zu diesem Zeitpunkt geht noch nicht klar hervor oder es gibt noch keinen genauen Hinweis dafür, dass Jesus mit Nikodemus über seine Kreuzigung spricht. Das ist für Nikodemus noch nicht klar mit der Erhöhung. Auch die zweite Aussage in Johannes 8, Vers 28 ist noch nicht explizit, dass mit der Erhöhung des Menschensohns das Kreuz gemeint ist. Johannes 8, Vers 28 da sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, also ans Kreuz genagelt habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich von mir aus nichts tue, sondern so rede, wie mich der Vater gelehrt hat. Und im dritten Fall wird der Schleier endlich gelüftet, im Johannes 12. Also wir haben im Johannes 3, im Johannes 8, Vers 28 und im Johannes 12, Vers 32 und 33 haben wir die Aussage, dass Jesus von der Erde erhöht werden muss. Und wenn ich von der Erde erhöht worden bin, Johannes 12, Vers 32, werde ich alle zu mir ziehen. mit diesen, und jetzt kommt die Klarheit, jetzt sagt er genau, was geht. Der Johannes sagt jetzt, kommentiert diese Worte. Mit diesen Worten deutete er an, auf welche Weise er sterben würde. Das heißt, ganz klar, im Kapitel 3, Vers 14, sagt er, der Menschensohn muss erhöht werden. Johannes 8, Vers 28, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt und hier, wenn ich von der Erde erhöht worden bin, mit diesen Worten deutet er an, auf welche Weise er sterben würde. Also es geht um das Kreuz. Das heißt, so wie Mose diese ehrene Schlange auf dieser Stange erhöht hat, zum Anschauen, zum Hinblicken und jeder, der sie anblickte, wurde gesund von den Schlangenbissen, so ist jeder, der auf den erhöhten Jesus blickt, also glaubt, blicken bedeutet glauben, er retten hat ewiges Leben. Wie kann Jesus als Schlange dargestellt werden oder angedeutet werden oder als Schattenbild eine Schlange für Jesus stehen? Ja, ganz einfach, weil im 2. Korinther 5, Vers 21, steht, dass er für uns zur Sünde wurde. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, so steht es im 2. Korinther 5, Vers 21, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Er wurde zur Sünde für uns, damit wir seine Gerechtigkeit werden würden. Dr. Andreas Köstenberger sagt über diese Passage oder über diese Sache, in der Theologie des Johannes, so wie bei Jesaja, ist das Kreuz Jesu kein Ort der Schande und Demütigung, es ist vielmehr der Ort, an dem Jesus erhöht und letztlich verherrlicht wird. Im Johannes 17, Vers 5 sagt Jesus in seinem Gebet zum Vater, und nun Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und im Jesaja 52, Vers 13, sieh, mein Diener wird Erfolg haben, er wird emporsteigen, wird hoch erhoben oder erhöht werden und sehr erhaben sein. Dazu sagt Dr. Köstenberger folgendes, in der typischen johannäischen Terminologie hat der Begriff erhöht eine doppelte Bedeutung. Er bedeutet körperlich am Kreuz erhöht werden, das ist der wörtliche Gebrauch, und auch erhöht und geehrt werden, das ist bildlicher Gebrauch. Hier unterscheidet sich Johannes von den Synoptikern, Matthäus, Markus und Lukas, die sich vor allem auf die Demütigung Jesu am Kreuz konzentrieren. Johannes fasst die einzelnen Ereignisse der Kreuzigung, des Begräbnisses, der Auferstehung, der Himmelfahrt und der Erhöhung Jesu zu einem einzigen Ereignis zusammen. All diese Ereignisse zusammen sind seine Verherrlichung. Und damit kommen wir jetzt zum Höhepunkt unserer heutigen Passage, nämlich einen Vers, gehört hast, wahrscheinlich. Ich mache Spaß, ein Vers, den vielleicht sogar deine ungläubigen Bekannten und Freunde kennen, Johannes 3, Vers 16. Denn so oder so sehr, könnte man auch sagen, manche Übersetzungen haben hier so sehr, aber denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wow, dieser Vers ist das Evangelium, die gute Nachricht in einem Satz, in einem Satz. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, den monogenes, der einzige seiner Art, der einzigartige, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Die schlechte Nachricht ist, wir sind Sünder, wir sind verloren. Die gute Nachricht ist, Gott hat uns alle so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ich will diesen Vers jetzt in sieben Teile aufteilen. Der erste Teil, Gott. Gott. Alles geht von Gott aus und das ist die allmächtige Autorität. Gott. Das zweite, hat die Welt so sehr geliebt. Also Gott ist die allmächtige ultimative Autorität und er hat die Welt so sehr geliebt und diese Liebe ist das mächtigste Motiv. Der dritte Teil, er gab den einzigen Sohn. Das ist das größte Geschenk. Der vierte Teil, damit jeder, das ist die breiteste, die breiteste Einladung. Der fünfte Teil, der an ihn glaubt, der einfachste Weg in die Freiheit, durch den Glauben. Der sechste Teil, nicht verloren gehe. Das bedeutet Erlösung durch Gott selbst. Er selbst hat uns erlöst, damit wir nicht verloren gehen. Und der siebte Teil, sondern ewiges Leben habe, unser unzerstörbares, unbezahlbares Erbe, ewiges Leben. Im ersten Petrus, Kapitel 1, Verse 3 bis 4, glaube ich, steht, dass das von diesem unzerstörbaren, unbezahlbaren, unvergänglichen Erbe die Rede. Okay? Gott, die allmächtige Autorität, hat die Welt so sehr geliebt, das mächtigste Motiv, gab den einzigen Sohn das größte Geschenk, damit jeder, die breiteste Einladung, der an ihn glaubt, der einfachste Weg in die Freiheit, nicht verloren gehe, die Erlösung ist durch Gott selbst, sondern ewiges Leben habe, das ist unser unzerstörbares, unbezahlbares, unvergängliches Erbe. Und das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus endet wahrscheinlich im Vers 15 und ab Vers 16 bis 21 sind Kommentare von Johannes dem Verfasser. Das tut jetzt einigen ein bisschen weh, vielleicht, dass möglicherweise Vers 16, Johannes 3, 16, der Kommentar von Johannes ist, zu dem, was er mit Nikodemus gesprochen hat, aber unterm Sprich ist es egal, ob das Worte in Rot sind, also von Jesus direkt gesprochen, oder ein Kommentar von Johannes ist, es ist das Wort Gottes, das Wort des lebendigen Gottes und am Anfang war das Wort, also ob es das geschriebene Wort durch Johannes ist oder gesprochen vom Mund Jesu ist völlig egal, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärf als jedes zweiständige Schwert und es spielt keine Rolle, denn das Wort ist ewig und ist von Gottes Geist und vom Geist Jesu inspiriert. Vers 17 Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Er hat ihn in die Welt gesandt, sagen wir das Wort gesandt wieder, gesandt, interessant in Johannes 17 Vers 18 steht, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt, also die Jünger. Wir sind auch gesandt in die Welt, so wie Jesus, mit einem Auftrag, mit einer Mission. Der Unterschied ist der, Jesus wurde von außen gesandt, also vom Himmel gesandt. Wir werden nicht von außen gesandt, wir werden von hier in die Welt gesandt. Er wurde von außen und von oben gesandt. Und ein Vers spricht deutlich, davon, dass Jesus von außerhalb dieser Welt zu uns gesandt wurde, nämlich Johannes 16 Vers 28 Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Er ist vom Vater ausgegangen. Er kam von außerhalb unserer Welt in diese Welt. Er wurde gesandt von Gott dem Vater. Wir sind auch gesandt in die Welt, aber nicht von oben, nicht von außen, sondern von hier, wo wir sind. Er wurde vom Himmel auf die Erde gesandt. Also Jesus ist gesandt von außerhalb dieser Welt für einen bestimmten Auftrag in dieser Welt, nämlich uns den Vater zu zeigen und für uns am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Wir sind auch gesandt nicht von außerhalb unserer Welt, aber auch in dieser Welt mit einem Auftrag und er sagt, ich bin nicht gekommen, also Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, nicht um sie zu richten oder zu verurteilen und da gibt es zwei weitere Verse, die Ähnliches sagen, Johannes 8, Vers 15, ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben, ich verurteile niemand oder Johannes 12, Vers 47, wer hört, was ich sage und sich nicht denn verurteile nicht ich, denn ich bin nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten, sondern sie zu retten. Retten oder zu retten ist das Wort Sozo und kommt im Johannes Evangelium nur sechsmal vor. Und es ist das Gegenteil von verurteilt oder gerichtet oder verdammt und das kommt vor im Kapitel 3, Vers 17 oder Kapitel 12, Vers 47. Jesus kam nicht, um uns zu verurteilen. Er kam nicht, um dich zu verurteilen und er kam auch nicht, um dich zu richten. Und das, was wir lernen in Johannes 3 ist, dass niemand, kein Mensch muss für seine Sünden verurteilt werden oder müsste für seine Sünden verurteilt werden. Er muss nur den Sohn Gottes und das, was er stellvertretend für die Welt getan hat, annehmen. Gott hat für die Vergebung der Sünden gesorgt, damit die Menschen jetzt ewiges Leben erfahren können, dass im kommenden Zeitalter im Auferstehungsleben gipfelt. Warum redet Johannes in seinem Evangelium nur sechsmal von retten und nur ein paar Mal von verurteilt oder gerichtet, sein Fokus liegt auf dem ewigen Leben. Sein Fokus liegt auf dem Glauben und ewigen Leben und der Auferstehung, auch unserer Auferstehung, zuerst geistlich und später ein Auferstehungsleben, in dem das Ganze gipfelt. Das kann man nachlesen in Offenbarung 21 und 22. Das wird besser und herrlicher, als wir uns vorstellen können. Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Was sind das für gute Worte? Die schlechte Nachricht, du bist ein Sünder. Die gute Nachricht, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet oder bleibt im Gericht, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes glaubt. Gott hat seinen einzigen Sohn hingegeben und zugelassen, dass er für unsere Erlösung erhöht wird. Sich zu weigern, an ihn zu glauben, sich zu weigern, seine Worte anzunehmen, danach zu leben, zu glauben, ich bin ein Sünder, ich brauche einen Erlöser, ist eine Beleidigung Gottes selbst. Und wer Gott auf diese Weise beleidigt, ist bereits verurteilt. Das sagt uns Johannes der Evangelist. Das ist vom Tyndale Bible Commentary, geschrieben von Colin G. Cruiser. Gott hat seinen einzigen Sohn hingegeben und zugelassen, dass er zu unserer Erlösung erhöht wird. Sich zu weigern, an ihn zu glauben, sich zu weigern, seine Worte anzunehmen und danach zu leben, ist eine Beleidigung Gottes selbst. Und wer Gott auf diese Weise beleidigt, ist bereits verurteilt, sagt der Evangelist. Vers 19. Dies aber ist das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen lieben die Fensternis mehr als das Licht und ihre Werke waren böse. Der Hauptgrund für die Verurteilung der Ungläubigen ist ihre Ablehnung, ihre Ablehnung des Lichts aufgrund ihrer Liebe zur Dunkelheit. Die Verurteilung ist nicht aufgrund ihrer bösen Werke oder bösen Taten. Die Verurteilung ist aufgrund der Ablehnung des Lichts. Und wer ist hier das Licht? Ich würde sagen, das Licht ist in die Welt gekommen, das ist Jesus. Im Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Er ist dieses Licht und wir leben dann im Licht, wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind und einen Erlöser brauchen. Wir leben dann im Licht, wenn wir erkennen, wir sitzen in der Dunkelheit und hier ist das Licht, wir brauchen das Licht. Dann leben wir im Licht. Aber wenn wir in der Finsternis bleiben wollen und das Licht meiden, dann sind wir verurteilt und bleiben in der Dunkelheit. Dem Licht ausgesetzt zu sein war für diejenigen, die im Bösen verharren wollten, unangenehm. Sie zogen es vor, nicht mit Jesus in Kontakt zu treten und seine Worte nicht zu akzeptieren. Sie wollten nicht dem Licht ausgesetzt sein. Jesus hat sie ihrer Sünden überführt. Das Licht hat die Finsternis vertrieben. Das Licht hat die Dinge offenbart. Du bist ein Sünder. Du bist nicht genug. Du brauchst einen Vers 20 und 21 und wir schaffen es tatsächlich heute. Ist das nicht wunderbar? Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber tut, was der Wahrheit entspricht, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott gewirkt sind. Menschen, die weiter ihm Böses tun wollen, hassen Jesus, denn er deckt ihre Bosheit auf. Diejenigen jedoch, die nach der Wahrheit leben wollen, erfreuen sich an seiner Gegenwart. Anstatt Jesus zu meiden, wie diejenigen, die Böses tun wollen, suchen sie ihn aktiv auf, weil sie das tun wollen, was Gott gefällt. In Philippa 2 steht, er wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Wir wollen das tun, was Gott will. Wir wollen das tun, was Gott gefällt. Und er ermöglicht uns das durch seine Macht und Gnade. Was machen wir mit dem scheinbar offensichtlichen Widerspruch und damit möchte ich abschließen, dass Jesus nicht richtet. Er kam nicht um zu richten, aber gleichzeitig der Richter ist bzw. sein Wirt. Es wird auch gesagt, Jesus ist das Gericht ist dem Sohn übergeben. Aber es steht auch, er kam nicht um zu richten. die Lösung für diesen scheinbaren Widerspruch besteht darin, dass Jesus in dieser Welt keine Verurteilung über die Menschen brachte, weil sein erstes Kommen die Absicht hatte, zu retten und nicht zu verurteilen. Doch nun, da er diesen Auftrag ausgeführt hat, hat der Vater die Verantwortung für das endgültige Gericht in seine Hände gelegt. Der Zweck des Erstens Kommen Jesu war, uns den Vater zu zeigen und für unsere Sünden zu sterben und nicht um uns zu verurteilen. Er kommt wieder als Richter der Welt und es gibt ein jüngstes Gericht, es gibt eine Auferstehung der Toten und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Im Johannes 12, Vers 48 damit schließe ich ab, wer mich verachtet und nicht annimmt, was ich sage, hat seinen Richter schon gefunden. Wer mich verachtet und nicht annimmt, was ich sage, hat seinen Richter schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilt. In anderen Worten, wer glaubt, wird nie verurteilt werden. Wer glaubt, wird nie gerichtet werden. Wer glaubt, wird ewiges Leben haben. Wer nicht glaubt, wer Jesus verachtet, wer ihm nicht vertraut, wer ihm nicht glauben will, der ist bereits verurteilt, weil er nicht an den Sohn Gottes glaubt. Johannes 3, Vers 1 bis 21 ist so eine entscheidende, kraftvolle Passage, weil sie uns genau zeigt, so viele Dinge zeigt, dass Gott die Menschen unermesslich liebt, wie wir ewiges Leben bekommen, dass er nicht kam, um uns zu richten, dass kein Mensch gerichtet werden müsste, verurteilt werden müsste, sondern frei sein kann vom Gericht. Neues Leben, ewiges Leben. Und dieses Leben beginnt nicht mit dem Tod, sondern es beginnt mit dem Zeitpunkt, wo wir Jesus annehmen als unseren Herrn und Erlöser. Amen. Beten wir. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein heiliges, wunderbares, kraftvolles, unfassbar gutes Wort. Du bist gut, Gott. Jesus, du bist gut. Dein heiliger Geist ist gut und deine Wahrheit ist gut. Deine Liebe ist unbegreiflich und endlos und bedingungslos. Danke für alles, was du uns zu Jesus gegeben hast, Vater im Himmel. Danke, dass wir ewiges Leben haben, durch Christus alleine. Wir loben und preisen dich und ich danke dir jetzt für jeden Menschen, der diese Botschaft hört und bitte dich jetzt, dass du Glauben erwächst in ihren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke für das Dranbleiben heute bei diesem so wichtigen Bibelstudium. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Es ist wirklich eine Freude. Es sind viele dazugekommen und das Johannes-Evangelium Studium geht richtig ab und wir machen da nächste Woche weiter. Sonntag ist wieder Gottesdienst um 10.30 Uhr. Verpasst das nicht. Wir setzen fort. in unserer Serie Er hat es versprochen. Das wird eine wunderbare Botschaft wieder sein. Wunderbare Gelegenheit neue Leute einzuladen. Er hat es versprochen. Menschen brauchen die Verheißungen Gottes. Sie müssen wissen, was Gott für sie getan hat und Gott für sie tut durch Jesus. Dass sie nicht enttäuscht leben, sondern wirklich in den wahren Verheißungen Gottes leben. Und das machen wir. Da geht es am Sonntag weiter. Um 10.30 Uhr vor Ort und live im Livestream online. Genau. Und wenn du dich taufen lassen willst, am Pfingstsonntag, den 19. Mai, anschließend an die Versammlung, an den Gottesdienst, taufen wir einige Menschen wieder. Es wird wunderbar ein Tauffest wieder. hier an einem wunderschönen Teich, wollte ich sagen, einem kleinen See in Grundtraumsdorf hier in der Nähe von unserer Oase hier, werden wir taufen. Wenn du von weit her kommst, komm, wir freuen uns, wenn du dabei bist, wir werden dich taufen, wenn du noch nicht getauft bist und an Jesus Christus glaubst. 19. Mai, ab 10.30 Uhr hier im Gottesdienst, anschließend ist die Taufe. Gut, ja, und wir dürfen noch geben und ich bin wirklich dankbar für eure Großzügigkeit, die Gaben und wir können online geben über eine Karte, über Paypal, über das Bankkonto, das eingeblendet ist und ja, ich freue mich sehr über eure großzügige Unterstützung. Das Geld ist wirklich gut investiert, wir bauen gerade richtig um hier in der Oase, machen diese Location noch schöner und besser, was sie ist, damit wir noch mehr Leute hier vor Ort auch unterbringen können und ihnen ein besseres Erlebnis geben können und wir haben auch sehr viel investiert in unsere sozialen Netzwerke, YouTube und so weiter, YouTube Kanal geht richtig ab zur Zeit, Spotify, viele hören auf Spotify, die Botschaften und da arbeiten wir richtig hart dran mit unserem ganzen Team, all das kostet Geld und dein Geld ist hier gut investiert. Wenn du so ein Jesusband willst, dann schicke ich dir gerne und noch keines hast, schicke ich dir gerne eines gratis zu, auf meine Kosten, zu Postversand auch gratis, alles dabei, ich schicke dir das gerne, gerne zu. Jesus, gute Nacht. Nacht.